Diesen Herbst kommt eine Serie, die alles ändern wird, was sie tragen. Fünf Vereine, auserwählt aus 121 starken Bewerbern aus der ganzen Schweiz. Der Seilziegklub Gonten, der Club-Patineur Galaxais Mutier, der Siegklub Richterswil, der Corpo Civici Pompieri Biasca, und das Kinderjogla-Hörli-Hasletal-Oberer Prinzessie. Charles Vögele bringt die Schweiz in Mode. Ab 1. Oktober on Air.